Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teilekanal, naja, ich habe vor einiger Zeit ein Video über die Rückschlagventile gemacht, die normalerweise nur vorübergehend behoben werden. Bei diesem Fahrzeug ist dies ein Volkswagen Polo, es hat schon seine Jahre und seine Kilometer. Diese wir haben es gerade angezogen, weil es schwierig war zu starten, weil im Laufe der Zeit die Dichtungen, die die Einspritzpumpen tragen, die Auslasspumpen, weil sie sich zersetzen. Dann kommt Luft dort ein und dann verdrängt es sich der Diesel, dann Wenn man den Schlüssel dreht das Fahrzeug schwer zu starten, Dreh, Fiaros, das hat ihn eine Weile gedauert, schau das ist das Rückschlagventil, diese beiden Klemmen, Fiaros, da ist die Einspritzpumpe, das ist die Fiaros-Route, auf der es platziert wird, daneben haben wir es dort einige Zentimeter von der Einspritzpumpe entfernt und es ist nichts anderes als diese Hülse zu schneiden, sie zu verbinden, das Heißt, dort zu setzen, das Rückschlagventil anzuschließen, die beiden Klammern zum fixieren und das war's, seht ihr. Der Weg, der durch diesen Schlauch geht, der Diesel kommt, hier wäre der Kraftstofffilter. So erreicht er die Einspritzpumpe, denn der andere wäre der Rücklauf, zu dem Nein, du musst ihn. Auf diesen Sätzen, dem, der dorthin fährt, überlasse ich Ihnen den Link zum Video, das die Funktionsweise der Rückschlagventile erklärt. Das ist dafür, naja, es gibt Fahrzeuge, die viele Kilometer haben und ich sagte bereits, dass sie mit der Zeit abbauen und das Ventil aufgesetzt ist, habe ich schon gesagt, dass es eine provisorische Lösung ist, aber hey, es gibt einige Fahrzeuge, die seit 10 oder 12 Jahren so etwas fahren und nun, da ist es, und sie haben es noch nicht die Einspritzpumpe gewechselt, müsste repariert, zerlegt, Dichtungen gewechselt, und so weiter, das ist vorläufig, aber bei manchen Fahrzeugen sage ich schon 10 bis 12 Jahre kann es sein, bei diesem dauert es sowas wie das, ich erinnere mich nicht mehr genau an das Datum, aber es ist immer noch drei Jahre alt. Und die Einspritzpumpe wurde nicht zum Wechseln der Dichtungen zerlegt und der Motor startet, dreht sich zum Ansaugen vorher war es sehr schwierig zu starten, gerade wegen dieser Luft, weil die Luft, wie gesagt, durch die Gelenke eintritt, die sich in der Einspritzpumpe abbauen und den Diesel verdrängen, also beim Startversuch starten, was da ist Luft und das Kraftstoff muss. Beginnen, deshalb manchmal in einigen Fahrzeugen, wenn sie schon zu viel Luft haben, können sie auch von Batterie erschöpft versuchen, es zu starten, oder es gibt diejenigen, die auch eine Förderpumpe auf sie setzen. Auch für diese das gleiche, im Prinzip, weil ich schon sagte, dass es sehr nützlich ist. Es wird normalerweise als etwas Provisorisches gesetzt, aber wer es definitiv dort lässt, naja, da haben sie das Video, wenn es ihnen nützlich war, naja, vergessen sie es nicht, gebt ein Like und abonniert den Kanal.